Zu Use The Origins Shorts Heute spielen wir Among Us Zuvor habe ich ein, zweimal gespielt Also bin voll der Anfänger Ja, ich bin ein Crewmate Also ich muss jetzt herausfinden, wer der Impostor ist Mal sehen, auf jeden Fall erstmal abhauen So So Oh, da sind zwei Da ist auch einer Oh, was hat ein Messer in der Hand? 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 Ist das der Impostor? Weiß ich gar nicht, ich bin voll der Anfänger Ja Du musst erstmal lernen, wie man das spielt Oha Aha Die diskutieren jetzt Oh, zwei sind schon gestorben? Ha Ja Hallo Ich schreibe mal Schreibe mal Achso So, auf fünf Achso Irgendeiner wird jetzt rausgekickt Aha Keiner wird rausgekickt Ein Impostor Aber ich glaube der rote ist das Aber fanden wir ja sehen Hm Gucken wir mal Ah Gucken wir mal Ah Guck mal hier kann ich sehen Hier, da ist der gelbe Danke Das passt doch gar nicht dabei habe ich ihn erwischt Mist wie war denn jetzt der Impostor keine Ahnung Niklas mal sehen Oh nein die haben den falschen rausgekickt Ah ich bin ein Geist Mal sehen ob ich jetzt sehen werde wer der Impostor ist Ha Hat gewonnen Naja Ich lerne mal ein bisschen und dann gibt es noch mehr bessere Videos von Among Us Und vergiss nicht zu abonnieren denn es werden immer wieder neue Videos folgen bei UC Originals Shorts oder auf meinem anderen Kanal UC Originals Ciao